Hä? Das war ein magischer Moment. Warte, ich komme bei dir hinten drauf. Oh yeah! Das ist im Falle eine Taschenlampe, falls du etwas spürst. Ahhhhh. Ja, ich würde sagen, ab zum Bunker, oder? Ja. Okay. Fahre mit einem anderen Spieler 200 Rich Piaches. Ah, Rich Points. Jetzt verstehe ich. Könnt ihr mich im Bunker einladen? Er hat sich gerade lässig da so ein Flugmobil gespawnet. Aber ich fliege. Mach, 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 mach. Ah! Was? Ich warte, bis ich im Bunker bin. Ich könnte dich abholen. Oder einfliegen, ja. 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 Avenger. Aha, sind jetzt hier beide schon da drin, oder was? Ja. Fliege doch zum Bunker, Heinemar. Wow. Ja, Heinemar war ja nicht immer so aggressiv, was? Ah, du bist ja ein Grosser, oder was? Wenn wir ihn in den Anstand liegen lassen, oder? Bitte vielleicht. Ja. Kannst du dich da wirklich einladen? Das ist ja richtig geil. Bäm. Wie ist das gegangen, um die Flügel gerade zu stellen? Ähm, nach rechts drücken. Wie kann man hinschicken? Warte, ich mache gleich den Platz frei. Nein, nein, ist gut. Ich sitze nicht. Ja, nein, dort kannst du nichts machen. Aha, man muss einmal kurz auf rechts drücken. Jetzt check ich's. Ja. Ah. Das war... Hä? Was? Willst du direkt zum? Gib's mir, Dogi, gib's mir, Dogi, gib's mir, Dogi. Gib's mir, Dogi, gib's mir, Dogi, gib's mir, Dogi. Du weiss genau, ich werde schwach, wenn du's mir von hinten machst. Gib's mir, Dogi, gib's mir, Dogi. Das ist mir einfach schlecht, weil ich so grünsig fliege. Hey, wie soll ich... Ah, scheisse, ich möchte da weiter... Wieso hast du die Räder noch draussen? Entschuldigung... Weisst du überhaupt, wo wir hingehen müssen? Ich glaube nicht... Das ist eine falsche Frage... Siehst du die Markierung? Aha, wir müssen zur Welt kugeln... Es ist auch alles sehr verwirrend... Ah, ich bin auf dem Kopf... Jetzt check ich es... Jetzt wird der Roten langsam feissen... Wir stürzen 100% ab... Du musst wieder auf rechts drücken... Dann... Ja... Habe ich auch... Wieso tut das nicht? Ja, du hast mich in meinem Fall auch entlassen... Du verdammt... Ja... Jetzt schon dich benimmst du in dem letzten Fall... Idiot... Du musst schnell hinzufügen... Ja, aber land doch das Ding einmal... Ja, ich kann nicht... Einmal kurz nach rechts... Einmal kurz nach rechts... Wie schwierig kann das sein? Ah, jetzt tut's... Ich habe Druck... Ja... Genau... Ah, ich muss ja nur kurz... Da... Arschlo... Oh, Sam... Nein, jetzt bin ich gleich... Muff... Sam... Entschuld... Pisser... Hast du es abgestellt oder was? Was? Ah, du bist ausgestiegen? Ja... Ich bin ja nicht gelassen worden... Ah, jetzt habe ich wohl nicht geschossen... Was hat denn so LED bei den Propeller... Hey, wo ist dein Bunker? Ah, dort ist der Weg... Was? Wenn du nicht immer so ein Arsch wärst... Was sollen da unsere Zuschauer davon halten? Weisst du... Weisst du... Weisst du... Wie man... Mit Liebe und Respekt miteinander so umgehen... Hey, hey, Alter! Du bist nur ein Arsch... Ich werde das mal meinen Kindern zeigen... Aber er war schon eine Volljährige... Wow, wow, wow... Wo bist du? Zeig dir... Ich sehe den verdammt... Ich sehe den verdammt... Hast du... Ah, du verdammt... Du verdammt... Kannst du den nicht unsichtbar machen? Nein... Mal... Kannst... Nein... Nein... Mal, du verdammt... Du verdammt... Bombenangriff... 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 Du siehst, wie er gerade auf der Minimap... Ja... Ich weiss, dass ich... Aber ich sehe diese Ausschnitten... Ja gut... Da sind jetzt gerade Bäume... Ah, ich sehe... Bin jetzt wirklich... Nein... Du kannst ihn unsichtbar machen... Ich glaube... Nein... Kann ich nicht... Wie sollst du so einen riesigen Schluck reden... Unsichtbar machen... Ja... Das geht ja... Hör doch auf... Das könnte technisch möglich sein... Studierst überhaupt... Mal... Hab ich eigentlich noch nie Himmel und Huhn gesehen... Hä? Nein... Was... Was ist mit eurer Aussie... Bildig? Allgemeinbildig oder so... Kein Begriff... Was ist Himmel und Huhn? Das ist wohl... Der... Faszinierendste... Filmer... Film? Über Hühner... Über Hühner... Ja... Genau... Und Schweine... Und Schweine... Und Schweine... Alles klar... Gehen wir wieder in meine... Dinge? Ja... Ich bin ja entlassen worden... Vollidiot... Ich habe dir schon lange... Einladung geschickt... Hast du gar nicht... Doch... Ja... Jetzt bin ich auch gestorben... Danke... Danke Jun... Danke vielmal... Bist du so weisslich? Spiri... Spiri... Ja... Hohra... Kannst du bitte ins Mikrofon reden... Vollidiot... Kann ich... Warte... Ich muss mich vielleicht ein wenig... Leute drum machen... Kannst du mich da in den Bunker einladen... Ich mag nicht wieder... Bis dahin rauf... Ich habe dich ja eingeladen... Aha... Ja... Sag doch das... Hey... Der Hohra-Ton von dir... Heute... Es ist auch echt schwierig... Ja... Wie willst du denn mal... Lehren... Also... Lehren... Also... Ja... Ich glaube... Das ist für dich einfach... Fairgeschlagen... Hast du einen Fensterplatz... Oder so... Ja... Nein... Für dich... In diesem Fall... Haben sie einfach noch keine Lösung... Ah... Dann muss ich jetzt... Das Zeug alles zahlen... Oder was? Das Zeug alles zahlen... Ja... Sicher musst du zahlen... Was hast du das Gefühl... Ist es gratis... Oder was? Ja... Jetzt gehst du auch mit dem Mikro... Du musst dir das Zeug alles zahlen... Oder was? Hahaha... 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 Oh Gott... Hä? Ah... Mina ist kurz eingefroren... Wieso? Reisen bitte Rui... Wieso? Aha... Willst du losen? Ja... Ich kann das sonst gerade übersetzen... Kann ich jetzt dieses... Kennst du... Avon Herz... Avon Herz... Avon Herz... Der Avon Herz... Der Avon Herz... Nun drehe nicht gleich durch... Ich bin nur... Ich mach ganz... Hahaha... 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 Fuck me... Hahaha... Emotionen... Ich bin... Menge Dinge... Wieso sagt Person... Gedanken deswegen... Herz... Wirma... Börse... Gerade... 21... 43... 25... Milliarden... schwer... Versuche... retten... Verdammt nochmal... Hörh... Nö... Hörh... 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 Sorry, aber das ist jetzt einfach echt nicht gegangen... Ah, hast du übersprungen oder was? Hörh... 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 Ich verstehe nicht, oder? Ich fühle dich... Schau, ich verschiebe dich, oder? Hm... Ist nicht das erste mal... Dass du mich schiebst. Ja, deine Natta schlägt wieder zu. Nein, einfach hier nirgends. Schlägt wieder zu? Oh, nein. Gläsig. Ich bestelle mir schnell den Helikopter. Ich darf nicht fliegen. Nein, bei mir ist jetzt fettig. Hier ist das Auto. Wo? Semi, ey. Du bist so eine Pisser, ey. Wer ist jetzt so der Babo? Oh, sorry. Nein, hör bitte auf. Ach, der ist Kugelsicher, du verdammt. Vollidiot. Kommt mit mir. Ah. Warte, ich komme auch im Heli. Du bist so ein Wichser. Was? Soll ich die Timber Schüsse wieder einstellen? Ich fliege an. Gewonnen. Ich krieg halt immer das, was ich will. Innen gleich. Oh nein. Wieso kann ich nicht sein Auto in die Luft sprengen? Ja. Oh, dieser Helikopter ist doch kaputt. Du bist so zu Glück. Du bist so zu Glück. Du bist so zu Glück which is. Ich kann auch so. Sack ist dämlich sein. Du bist so glücklich. Du bist so glücklich. Du bist sehr mitgegangen. Nein. Oh my god. Oh scheids. Ja toll, und ich kann mir nicht mal ein anderes Fahrzeug bringen lassen Warte, ich hole noch eins Oh, Skrrrri Oh, sorry Oh, Scheisse, Alter Ich könnte sonst mit mir da mit der Limousine kommen, wenn ihr wollt Nein, das hättest du jetzt nicht gemacht, oder? Wieso bin ich nicht gestorben? Wieso schüsst er? Stilereise, den könnt ihr mit mir fahren Ja, gerne Ah, ok Cool Ja, warte, ich komm... Oh, der ist geil, Bäschi Der ist ja mal gelesen Ey, wieso darf ich nicht einsteigen? Wo hättest du denn jetzt, Herr? Der ist für Gentleman's hier Nein, nein, der macht's jetzt nicht Der macht's jetzt nicht Du Nein Nein, du Nein, nein, nein Ihr sind so Boah, ey Das zeige ich Das zeige ich euren Müttern Das ist ein Auto für Gentleman's, das tut mir leid Das hat ein Nachspiel Das ist für mich persönlich ein Auto, Bäschi Ja, ja 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 Ah, und jetzt kommen noch Gegner und die sind natürlich bei mir Hey, wir müssen im Fall bis zum Ding Bis zum Flughafen Soll ich wieder einen Helikopter bestellen? Ja Ja Einfliegen 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 Ah, der ist gerade da Ja, dann kannst du eben gerade hin spawnen Das fliegst du einfach nicht versehen Ja, ist gut Die fliegen erstmal nicht Und haben es vielleicht letztes Mal ein bisschen versaut Ich werde die Corona-Pensionen So bin ich auch nicht Ja, bitte Die Helikopter ist auch wichtig Danke Du hast wenigstens noch ein bisschen Herz, weiss Nicht wie unser Pädagoge, der alles abgestorben ist Was, wenn man nicht so seinem Ideal entspricht oder so Aha Aha Die haben gar nicht checkt Du bist ja nur ein Zipfel Du bist ja nur ein Zipfel Du willst gerne mitkommen Ja Genau Hey, da da Ah, es brennt alles Darf ich bitte insteigen? Danke Okay Bis jetzt sind wir schon ur-erfolgreich Wenn er kein Zipfel mit an dem Nein, zum Glück nicht Hast du mich noch nicht? Als wäre er der beste Pilot Ja, alter Wusstest du sehen? Hat es mich über die Kamera raufgenommen? Ich weiss aber nicht wieso Wie kannst du das wieder rausnehmen? Wie hast du die Kamera raufgenommen? Die hat nicht mehr die Ansicht von oben Die hat nicht mehr die Ansicht von oben Schalt wohl alle Perspektiven durch Wer hat sie vor kurzem auch mal aufgehängt Ah ja, jetzt ist er gegangen Ja, das ist ein guter Tipp Schon gut? Ach, ist das schön mit euch spielen Da wird einfach von Minuten zu Minuten geblieben Ja, sag ich nichts Es nimmt ein Niveau drastisch ab In dieser Sendung Was ist denn das? Hahahaha X Faktor X Faktor X Faktor Ja, das ist uns passbar FIB Was ist denn das? FIP Was? Fisch? FIP FIP Ich gehe dann schon mal, ha? Oh, danke Pesk Dass du auch ausgestiegen bist Und ich etwas sagen Aha Aha Ihr Hörer Pisser Wir geben wirklich unser Bestes Hören mal auf ihm so Hör mal auf ihm so Hör er gemeint doch Ah, wir müssen doch Krankenwagen klauen Das habe ich genau gesehen Ich habe es genau auf dem Video empfangen Wie du in der Huren Strom Dings fliehst Das war jetzt keine sanfte Landung Einfahren Ja Ja Aha Oh, das ist gar kein Sicherheits Nein, ich nehme da das Patrouille Nooo Du bist ein Arsch Ey, das ist ein Prius, ha? Das wird eislig, da ist Aber sie sind schon angenehm Hast du einen Gleitgrim dazu gekriegt, den du gekauft hast? Ja Das gefällt doch in der richtigen Basis Wenn du eh schon abhaufst Ja, ey Wie kannst du mir die äh Äh Markieren? Warte, tu ihn Sie ist sogar schon markiert Also, was müssen wir dir wieder ganz dort rauf Ah, ja, warte Ich sehe es nicht Da, Richtung Norden Wieso kann ich ihn nicht markieren? Wieso soll jetzt der Huren Scheiss? Wieso fährt er John? Und wieso läuft Reggie? Nein Ich denke, er ist ein bisschen chillig Ist auch jetzt der Pesk Ja Also, er braucht unsere Unterstützung Hm Ich habe da vielleicht eine kleine Fehl Meinst du, da sollen wir uns eine Boden-Truppe Hä, wo ist der? Da ist der Duna Da ist der Duna Okay Fahrst du auch da runter? Ja, sicher Nein 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 Meinst du, da soll ich separat auch noch mal ein Auto nehmen? Oh nein, Alter Wurde knapp Ja Oh Nein Ich wusste, dass das da hält Nice Oh Ja Da kommt man ja nicht durch Hey Bessky Läuft es bei dir? Ja Ja, voll gut Nein, ich glaube das... Ich habe noch 5 Kilometer mit dir Schon gut Ich nehme dir hier über ein anderes Auto Das Dutzend ist voll, weißt du Nein, die sind eingeschlossen da Wer das coolste Fluchtauto findet Was? Wer? Wer? Wer das coolste Fluchtauto findet Ja, voll Aber ich nehme jetzt mal 1 Und dann Dann wechsle ich nachher noch eine Hand Nein Du hast 1 Nein Zur Auswahl Nein Ja, warte, ihr habt schon besseres gefunden Oh shit Oh, der ist wirklich... Also ich könnte als wirklich coolen Typ da gewinnen Oh, der ist geil Der habe ich Ah, das bist du Oh, sorry Ja Das bin ich Dann bin ich da der Einzige, der die Mission verfolgt hat Ja, voll, eigentlich schon Ja Okay Nein Alter, du machst das für uns, Bessky, hm? Okay, ich kann abholen Warte, ich komme dich unterstützen, Bessky Weil ich habe mir schon das coolste Auto gefunden Weil Jon kann eigentlich gar nicht mehr gewinnen Sicher schon Aber stell dir mal Stell dir mal Stell dir mal vor Wir spielen Das Spiel Und in dem Spiel Machen wir gerade Das Spiel Und in dem Spiel Spiel ein Und Jon Ein Spiel Weisst Spielsession 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 Ist das nicht spielerisch? Nein Nein Oh, leise Was, du bist ja dort? Ja Hast du das echt allein gerockt? Ja, wie immer Ja Hast du immer mit so zurückgeblieben Dann die Typen Gamen Und dann noch probieren Anständig bleiben Weisst? Dass man da nachher nicht in Sein Brainstorm im Internet anfängt Aber zu stinnen Brainstorm? Ja Was ist das? Shitstorm Scheisse Oh nein Hast du noch meine Reise? Brainstorm Brainstorm Was willst du jetzt Rausen? Willst du uns Shitstorm Ja Shitstorm Ah Hör mal auf Da gibt es nur noch eins Rausen Nein Nein Boah hast du gerade Glück gehabt Schon wieder Schon wieder Was Die Ohrenkiste Zwölftausend Stutz Und ich habe nicht einen Bull Willst du mich verarschen? Nicht lachen, Ehun Unm disturb Die Ohrenkiste & Es Die Ohrenkiste